Tagesordnungspunkt 9. Nachwahl eines Mitglieds des Theaterbeirats beim Staatstheater Kassel. Frau Kollegin Strube hat auf ihr Mandat, das habe ich gesagt, zum 31. Dezember verzichtet. Deshalb müssen wir auch hier nachwählen. Die Fraktion der SPD schlägt Frau Abg. Dr. Sommer vor. Keine weiteren Vorschläge. Keiner will sonst abstimmen. Dann stimmen wir mit Anzeichen ab. Wer ist für Frau Kollegin Dr. Sommer? SPD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, Kollege Kahnt, FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Die AfD enthält sich. Dann ist Frau Kollegin Dr. Sommer gewählt.